Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass das Immunsystem besonders diese Form unserer Abwehr psychologisch, aber auch vom Nervensystem gesteuert werden kann. Wir wissen, dass wenn es uns nicht gut geht, wenn wir Stress haben, negativen Stress haben, unser Immunsystem nicht so gut funktioniert, wir also empfänglicher sind für Angriffe auf unser Immunsystem, Infektionen, was auch immer. Das ist schon seit längerem bekannt und das gilt auch für das Nervensystem, also die neuronale Situation in unserem Körper und auch für die Hormone. All diese Punkte spielen zusammen und die Erkenntnis ist, dass das Immunsystem in unseren Körper so integriert ist, dass eine Schwächung der Psyche auch das Immunsystem schwächt, dass eine Stärkung der Psyche das Immunsystem stärkt, dass ein angegriffenes neuronales System gemeinsam mit einer angegriffenen Psyche unser Immunsystem fast abschalten kann, aber auch umgekehrt. Wenn wir die Psyche stärken können, wenn wir in uns feststehen oder wie wir so gerne sagen, mit beiden Beinen auf dem Boden, das neuronale System hervorragend funktioniert, dann müssen wir uns auch keine Sorgen um unser Immunsystem machen. Das ist dieser ganzheitliche Ansatz, zu betrachten, dass wir nicht allein das Immunsystem stärken, das gibt es in vielen Anwendungen, sondern auch dahergehen können und können oder dahergehen sollten, die Psyche, das Nervensystem zu unterstützen und damit dem Immunsystem in unserem Körper Unterstützung zu geben.